Hey Leute und damit willkommen zu einer, zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal. Ähm, als Partner habe ich hier den Lone. Wir haben uns das so vorgestellt, dass ApoRed nächstes Mal bei uns mitmacht. Okay. In diesem Format geht es hauptsächlich darum, dass wir mehrere Spielmodis in einer Folge zocken. Also ein abwechslungsreiches Spiel letztendlich. Und du Lone, du produzierst ja auch Videos für die Plattform YouPorn. Ja klar, Alter. Ich könnte mir ein Gearschwert machen. Nein! Ich bin tot. Wirklich? Bist du tot? Ja. Scheiße, ich bin gleich tot. Hey, der ist tot! Was? Ja! Scheiße, was ist da los? Nein, damit komme ich mit links hin. Guck zu und lern. Alter, ich lerne. Nein! Ich hatte einen, der Bastard! Und hier sind wir schon bei dem nächsten Spielmodus. Ähm, nämlich zocken wir hier Quick Survival Games. 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 Als nächstes habe ich vor, Rage-Mods zu zocken. Okay, fängt schon mal gut an. Wir spielen auf der Map Nuketown. Oh, er hat schon eine Axt in der Hand. Er hat schon eine Axt in der Hand. Hä? Warum kriegt man... Hä? Als ob man so am Anfang so... Nice, ich habe hier meine Axt getroffen. Nice. Man! Ey, ich schwöre. Es kann nicht sein, dass ich hier viel... Wieso habe ich so FPS-Drops auf dieser Drecks-Map? Schöre. Guck mal hinter dir. Fuck! Was? Okay, als nächstes habe ich mir vorgenommen, dass wir Aura spielen. Da Aura ein sehr angenehmer Spielmodus sein soll. Hey, wieso will der nicht... Was? Nein! Ich bin tot! Ich bin jetzt schon tot! Ich bin jetzt schon tot! Das kann doch nicht sein! Es ist keine 10 Minuten gespielt und jetzt schon tot! Fick meinen dummen Hasen an, Alter! Ich hoffe, das Omar hat euch einigermaßen gefallen. Was halten Sie davon, Herr Dorfbewohner? Fick deine Mutter, du dreckiger Hurensohn!